ok jetzt müssen wir aufpassen so ich halte mich mal gesundheitstank klein sie sagen natürlich auch die dass sie auf uns alleine gestellt sind nein 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 na los 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 na leute ich drücke gerade um mein leben alter jetzt na los 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 ja impuls Oh, Alter. Held der Elfen. Oh, Schraub. Alter. Und er ist nicht da. Ah, sie haben uns beide verarscht. Äh, also keiner von beiden hat uns verarscht. Natürlich. Oh, oh. Alter, iiih. Ja. Ach, du Scheiße. Dieser kleine Hurensohn. Oh, ho. Oh, ho. I get it, losers. Ha, 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 ha. You can't do that, Claude. You're lost in time and space. No, I'm not. Yeah, you are, asshole. Army of darkness, defend the fortress. Oh, neer. Oh, neer. Oh, neer. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh, neer. Oh, neer, bedtime, bedtime. Dude, I'm gonna get it. Ha, 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 ha. Ich wusste es doch. Ich habe es, ich habe es mir, ich, Leute, ich habe es ja schon vorhin gesagt, dass ich so eine Vorahnung habe. Neue Quest, geht zurück nach Hause. Oh. Nein, du musst uns beilen. Und ich habe es ja schon gedacht, dass irgendwas passiert und wir uns, ähm, ja, verbinden müssen. Ich habe eigentlich gedacht gegen die Aliens. Ich habe echt erst erwartet, dass irgendwas mit den Aliens passiert und wir uns deswegen verbinden. So, das müssen wahrscheinlich die Menschen und die Elfen zusammenhalten. A la clé. Okay, aber das ist nicht schon lange. So, Fähigkeit. Jetzt tun wir mal, es ist das letzte Tod der tausend Schnitte. Alter. Level 11 kriegen wir das also. Ähm. Stinkbong, mach mit deinen Feinde wüten und lassen sie ohne Fähigkeit angreifen. So. Machen wir mal. Stimmt, das müsste ich eigentlich soweit auch mal upgraden, aber abziehen benutze ich so gut wie nie. So, Vorteile, da brauchen wir noch fünf Freunde und hier kriegen wir auch noch eine Fähigkeit dazu. Okay. Ach du Heiliger. Haben noch ein bisschen was zu tun. Ich würde mich gerne mal umziehen. Äh, ja komm, gehen wir erstmal nach Hause. Apropos, zu werden. Äh. Geh zurück nach Hause. Gibt es doch bestimmt einen Expresspunkt irgendwo. Ja, hier nach links müssen wir. Dubidu. Oh, Musik ist aber echt schön. So. Nein. Ach, verdammt, weil es so spät ist. Verdammt, verdammt. Okay. Dann laufen wir mal schnell nach drüben. Kriegen ja wieder Anschluss von unseren Eltern. Oh Mann ey. Und dann gucken wir mal, wie wir den Stab zurückkriegen. Und was die Aliens, Nazi, Zombie, Dingskirchen in der Zwischenzeit machen. Ah ja, stimmt, die haben wieder aufgehört. Das ist so ein Kinderrollenspiel. Einfach die ganze Stadt zerstören. South Park. Ah, okay. So. Bin ich mal gespannt. Und? Well, hello, hello. Ach. You missed the news. Looks like we're gonna have the country's largest Taco Bell in our new town. No. Solche Arschlöcher. Spioniere mich einfach auf Facebook aus. Haha, sehr lustig. Okay. Hier haben wir schon vor... Alter, wir haben schon vor einiger Zeit... Das ist jetzt schon wieder her, ne? Okay. So, um die noch irgendwas zu sagen. Einfach mal Eltern verprügeln. Kann ich hier... Oh. Okay. Kann ich nichts zücken. So. Ins Zimmer. Laden. Okay. Ich würde jetzt erstmal mein Zeug gerne hier ablagern. Waffe. Achso, Inventar. Hat man Lust, ich denke gar nicht mehr. Elfenklinge. Ich weiß nicht. Ein Mongolenbogen, den kann man... Ich muss erstmal gucken, dass ich auf den Waffen gerade nichts hab. Da hab ich nichts drauf. Da hab ich auch auf nichts drauf. Nikomanen. Ey. So, ablegen. Dass da auch nichts drauf ist, wenn wir es weglegen. Da ist auch soweit nichts drauf. Ablegen. Äh... Ah, hier. So, ablegen. Den Anzug will ich nämlich weglegen. Sonst haben wir immer nur eins ausgerüstet, ne? Genau, da können wir zwei Sachen ausrüsten, Butter Summer. Okay. So. Waffen. Elfenklinge. Boah, ich weiß nicht. Den hier können wir weglegen. Strahlenwaffe. Alien-Sonde benutzen wir irgendwie auch nicht mehr. Heiliger Hammer. Steinhammer. Klingenfänger. Der kommt, der kann auch weg. Ähm. Ausrüstung. Lagern. Ja, das Assassinenzeug kann eigentlich auch weg. Da war es halt ganz cool, weil man beim Assassinenzeug auch zwei Sachen ausrüsten kann. Aber von sich aus können die eigentlich echt weg. Narrenkappe. Kostüm lege ich mal auch weg. Kommt da drauf an. Vielleicht brauchen wir es mal wieder. Ja, komm, das kann auch weg. Zwar Zeug brauche ich auch nicht. Komm. So. Okay. Feinheiten. Ach, du Heilige. Kann man eigentlich auch zum größten Teil weglegen. Waffen auf die Sätze. Es ist halt doof, dass wir hier nicht direkt einsehen können, was sie könnten. Das finde ich echt schade. Na, komm, so. Level 2 Zeug. Das können wir weglegen. Na. Äh. Da. Blitzsticker. Level 3. Level 3. Mach jetzt einfach mal auf Gefühl. So. Na, komm, Level 2 kann auch weg. Das sind dann eher die schwächeren Sachen. So, Level 4 behalten wir. Ja, komm, das behalten wir. Kostüm flicken. Ach, du Heilige. Level Pfeil und Bogen. Action Held. Abzeichen. Cheerleader. Das kann alles weg. Wir müssen doch mal wieder unser Zeug verkaufen. Kriegen wir da ein bisschen Geld zusammen. So. So. Kram, den verkaufen wir. Habe ich auch, glaube ich, auch nichts gelagert, ne? Nee. Okay. So. Dann, äh, gute Nacht. Oh. Ja, es ist total friedlich hier. Äh, was? Wie bitte? Äh, ja. Äh, der hat immer noch unsere charmante Maske auf. Was sind das für Zwerge, Alter? Schwach, schwach. Ah, warte, ich untersuche mal kurz. Die scheinen schwach gegen Schocks zu sein. Ja, Tatsache. Ja, mit schwach gegen Schocks, dann kriegen wir den sofort weg. Ja, 3900, Alter. Nice. Oh, oh. Was? Oh Gott. Nein. Alter. Der da hinten. Schwach gegen Feuer, schwach gegen Frost. Sehr, sehr klein. Na, komm. Wow. Der Hammer ist echt super. So. Nein. Okay. Aber das bringt dir jetzt auch nicht wirklich was, weil die habe ich, boah, sofort weg mit meinen Attacken. Nein. Was die drauf haben, ey. So, und du wärst damit dann auch weg. So. Geil. Was? Äh. Das ist jetzt ein bisschen unfair. Schwach gegen Feuer, schwach gegen Feuer, schwach gegen Schocks. Der rechts und der schwach gegen Feuer. So. Der da hinten. Nein. Na, komm. So. Weißt du, die reden einfach nur so süß mit ihren hohen Stimmen. Nein. Oh, fuck. Ist ja gut. Okay. Okay. Der ist auch schon fast weg. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh, oh. Ich brenne, ich brenne. Fuck. Alter. Jetzt muss ich ja mal was machen. Angewidert. Alter, fuck. Fuck. Ich kann mich jetzt collecting Unterplätze. Ah. Tod der 1000 Schnitte. Ruf dein Netzwerk aus Steam herbei, um deine Feinde mit dem Trommelfeuer aus Angriffen zu treffen, die bei perfekter Durchführung alle Bluten bewirkt. Okay. Drücke W, A, S und D in Richtung des Ziels, um deinen Angriff zu lenken. Wer ist der? Hä? Was? Alter. Zu spät. Hä? Nein, nein, nein. Runden. Ja. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert, wie es geht. Ist auf jeden Fall eine geile Attacke, aber... Und wir werden sterben. Oh nein. Nein, 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 nein. 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 Okay. Bisschen im Himmel. Danke. Oh. Fuck, jetzt muss ich nochmal... Oh, nee. Oh, Mann, ey. Ich bin ja noch gestorben. So. Jetzt kriegt der aber einen aufs Maul. Ja, 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 ja. Schnauze im Arm. Sack. Klingt einfach so geil. So, der kriegt jetzt erstmal hier heftigen Schaden ab. Magic, bitch. Magic, bitch. Als dass ich dazu sage, ich sage dazu Science, bitch. Nein. Das macht sowieso überhaupt gar keinen Schaden, quasi. Ah, ich könnte fast den Basketball mal nehmen. So, ich wehre das nicht mal mehr ab, ey. Das macht ja gar keinen Schaden. Sag mal, hier ist die ganze Zeit so eine Mücke. Mann, die gehen nicht weg. Scheiß Drecksviecher. Aha. Alter. Erstmal einen heftigen Schaden drauf. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ja, glaube ich auch. Wenn ich dich so ansehe. Äh, so. Oh, oh. Nein. Verdammt. Verdammt. So was ist natürlich auch zu rechnen, wenn du hier schlafen gehst. Oh, oh. Alter, nein. Äh, verdammt, verdammt. Nein. Ähm. Oder weh, um zu furzen. Ja. Nein. Nein. Jetzt bloß aufpassen, dass wir die Runde nicht sterben. Nein. Oh, nee. Fuck. Alter. Die sind echt gut. Oh, Mann, ey. Muss ich eigentlich nochmal probieren. Hab ich... Soll ich irgendwas anderes anziehen, oder? Ja, die sind ja schwach gegen... Gegen Feuer sind sie auch noch. Da wäre es ja vielleicht gut. 25 Feuerschaden. Okay. Und der hier... Macht ja... Wird nochmal Feuerschaden drauf. Was anderes würde mir jetzt auch nicht wirklich einfallen. Weil da haben wir ja nur unseren Schlafanzug an. Weil...